Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch im BeckerCut mal einige Funktionen zeigen, womit ihr nachträglich Körper bearbeiten könnt. Dafür habe ich mir diese drei Körper erst einmal konstruiert. Als erstes beginnen wir mit dem linken Teil. Ich vergrößere einfach per Scrollrad ein wenig die Ansicht. Ich kann die Ansicht auch hier oben mit dieser Funktion jetzt noch ein wenig verschieben. Speziell zum Bearbeiten von Körpern steht euch hier dieses Menü zur Verfügung. Zum Beispiel ganz oben die Funktion Offset Fläche. Bevor ihr mit dieser Funktion arbeitet, solltet ihr gegebenenfalls in der Nähe der Fläche eine neue Konstruktionsebene erzeugen. Ich lege mir einfach mal eine Konstruktionsebene auf diese Seitenfläche. Jetzt schauen wir uns diese Funktion Offset Fläche einmal an. Mit dieser Funktion habt ihr die Möglichkeit Körperflächen zu bearbeiten, insofern, dass ihr die Körperflächen verlängern oder verkürzen könnt. Jeweils im Statusfenster könnt ihr mit definierten Werten arbeiten. Genauso funktioniert es auch mit dieser kegeligen Senkung. Indem, dass ihr diese Senkung anklickt, könnt ihr diese dann entweder verkleinern oder vergrößern. Wir wechseln mit der Leertaste in das Statusfenster und geben einen Wert ein. Denkt daran, dass ihr jede Eingabe mit der Enter-Taste bestätigt. Der einmal definierte Wert kann dann auch zum Beispiel hier für die andere zweite Senkung verwendet werden. Mit jedem erneuten Mausklick würde wiederum ein Offset von 2 mm auf die Fläche angewendet werden. Als nächstes möchte ich euch diese Funktion zeigen, Flächen transformieren. Mit dieser Funktion könnt ihr beispielsweise Einzelflächen bearbeiten, indem, dass ihr diese anklickt und eure Auswahl hiermit bestätigt. Anschließend erscheint dieses 3D-Achsenkreuz. Dieses könnt ihr mit der Plus-Taste vergrößern oder mit der Minus-Taste verkleinern. Je nachdem, auf welchen Bereich ihr klickt, zum Beispiel jetzt hier einmal auf diesen roten Pfeil, könnt ihr dann diese ausgewählte Fläche verschieben. Im Statusfenster dazu wieder mit definierten Werten. Ebenfalls könnt ihr in dieser Funktion auch mehrere Flächen sammeln. Und wenn ihr fertig seid, auch hier einfach wieder bestätigen. Es erscheint wieder dieses 3D-Achsenkreuz, wiederum die Plus-Taste, um es etwas zu vergrößern. Und habt wieder dann diese Möglichkeit, diese Flächen entlang des blauen Pfeils hier zu verschieben. Im Statusfenster wiederum mit einem definierten Wert. Als nächstes möchte ich euch in diesem anderen Beispiel, ich verschiebe mal etwas die Ansicht, habe ja gerade die Taste W gedrückt, möchte ich euch an diesem Beispiel andere Möglichkeiten zeigen. Zum Beispiel könnt ihr hierüber ganze Vorsprünge auswählen. Das hier soll jetzt mal ein Vorsprung sein. Wenn ich diese obere Fläche anklick, werdet ihr sehen, dass bis zu dem unteren Rundungsradius alle Flächen markiert werden. Und übernehmen wir das Ganze einmal, habt ihr dann hierüber zum Beispiel die Möglichkeit, auch Flächen zu drehen. Indem das ihr auf das hintere blaue Kreissegment klickt, habt ihr all diese selektierten Flächen jetzt am Cursor und könnt beispielsweise über das Statusfenster einen Drehwinkel definieren, um diesen Griff um 90 Grad zu drehen. Genauso könnten wir jetzt auch den unteren Bereich einmal als Vorsprung identifizieren. Wenn wir beispielsweise den Griff noch ein wenig länger machen wollen, schieben wir dann in dem Moment den unteren Bereich etwas nach unten. Wiederum im Statusfenster mit einem definierten Wert. Als nächstes möchte ich einmal die Rundungen an diesem Griffteil einfärben. Das können wir nämlich dann hier zum Beispiel sehr schön mit der Rundungssequenz machen. Ihr seht hier, bei der Rundungssequenz werden alle tangential verbundenen Rundungen mit identischem Radius selektiert. Heißt dann zum Beispiel, wenn wir einen Radius, eine Rundung hier identifizieren, dass alle weiteren in diesem Bereich hier auch selektiert werden. Das können wir uns sogar auch hier einmal anzeigen lassen, indem ihr hier die einzelnen Flächen anklickt. Ihr könntet aus dieser Auswahl auch wiederum Flächen entfernen. Aber hier bestätigen wir wiederum unsere Einstellungen und wollen dann zum Beispiel diese ganzen Flächen hier mal in dieser Farbe kenntlich machen. Am Beispiel des Rundungsnetzes identifizieren wir mal diese Rundung hier. Bei einem Rundungsnetz werden alle aneinanderliegenden Rundungen mit identischem Radius selektiert. Können wir auch diese Rundungen dann, sagen wir mal in der gleichen Farbe markieren. Ihr habt es vielleicht gesehen in diesem Dialog, den wir ja schon des Öfteren jetzt geöffnet haben. Habt ihr noch weitere Möglichkeiten? Möchte ich euch dann an diesem Beispiel einmal aufzeigen. Zum Beispiel wenn ihr Flächen entfernen wollt, dann könnt ihr hier beispielsweise angrenzende Rundungen einmal auswählen. Bei den angrenzenden Rundungen werden alle Rundungen selektiert, die sich an dieser Fläche befinden. Und könnt dann beispielsweise diese hier auf einmal wieder löschen. Ihr habt erstmal eine Vorschau. Diese könnt ihr dann mit der linken Maustaste bestätigen. Danach rechte Maustaste wieder, um die Funktion zu beenden. Das soll es von mir erstmal wieder gewesen sein. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesen Videos habt, schreibt mir ruhig einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.